Moin Leute, was geht? Mein Name ist VitoGames.com auf der Playstation 4 und heute zeige ich euch mal, was für Nachrichten YouTuber bekommen. Es interessiert euch doch bestimmt, was so ein YouTuber oder ein Let's Player so für Nachrichten bekommt. Und dann würde ich mal starten. Und ich gehe jetzt einfach mal runter. Da sieht man auch noch die Zeit vor zwei Stunden. Und da könnt ihr ja selber lesen, was da alles stickt. Da hat mir einer Sticker geschenkt, Abo ist er, nimm an, ich bin Abonnent von dir, come on, hey, wie alt bist und hast du Lust, ein YouTube-Video mitzumachen, du bist besser als jener, das weiß ich nicht. Er hat sich verabschiedet, gucke deine Videos an, was haben wir da? Schick Freundschaft, bitte, bitte, warte mal. Oh Gott, des Willen, fad, 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 fad. Was ist fad, fad? Schön, nicht zu sehen. Ha ja, moin, moin. Nee, Minecraft hab ich nicht. Lass mal heute Morgen sagen wir, da warst du, bist der größte Fan. Echt? Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt Fans hab. Ich dachte, Fans haben nur für Collins und Justin Bieber. Oh, Mann, ist das alt. Du kommst aber auch nie wieder online. Jo, ich geh kaum noch online. Ja, ihr seht hier die ganzen Nachrichten, ihr seht ja, ihr könnt ja selber lesen. Äh, solche Nachrichten bekommt man halt. Hm? Wo bekommst du bald Post von meinem... Ah, da haben wir noch eine Milch. Was? Bekommst du bald Post von meinem Anwalt, Leute, erstens einmal. Ich hab natürlich wieder total übertrieben. Denkt ihr wirklich, dass ich zum Beispiel einen Anwalt anrufe, nur weil das Auto, äh, das Auto, äh, vom GTA nicht gepanzert ist? Da gab's mal was. Da gab's mal so ein Auto, den Insurgent in GTA 5. Hab da mal ein Video gemacht, dass ich mit dem Anwalt drohe. Leute, Mann, nehmt das nicht zu ernst. Nehmt das doch nicht zu ernst. Platin-Ruf-Wer hab ich noch gar nicht. Gold-3, Silber-22 und Kupfer-201. Da haben wir doch immerhin. Neue Sache hier. Okay, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer The Gangs kommen auf der PlayStation 4. Hoffentlich hat's euch gefallen. Ciao.